Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute möchte ich euch noch einmal, falls ihr das noch nicht kennt, so traumhaft schlafen vorstellen und einfach verbunden mit einer persönlichen Geschichte. Ich selber, muss ich ganz dazu sagen, ich bin ja immer ehrlich und authentisch, ich selber nehme es nicht, weil es ist wirklich extrem wirksam und ich habe keine Schlafprobleme. Dieses traumhaft schlafen ist wirklich für Menschen, die Schlafprobleme haben, deswegen kann es leider nicht jeder nehmen, aber wenn du Schlafprobleme hast, ist es echt der Hammer. Ich habe es einmal, ich habe natürlich, wie du weißt, alle meine Produkte teste ich und ich habe dieses Produkt einmal getestet, zweimal sogar und es hat mich ziemlich ausgenockt. Ich war dann wirklich sogar, natürlich der Schlaf war traumhaft, wie es schon heißt, habe ich mir auch selber ausgedacht den Namen, ehrlich gesagt, aber ich war dann auch den nächsten Tag noch ziemlich müde, deswegen ist es wirklich für die Menschen, die Schwierigkeiten haben zu schlafen. Und ja, ich habe eine Freundin, also die hat mir erzählt, dass sie nachts einfach wirklich schlecht schlafen kann und Probleme mit dem Schlafen hat. Und ich habe ihr gesagt, hier nimm mal einfach eine halbe Kapsel, sicherheitshalber, also mit einer halben Kapsel Anfang. Und sie hat eine halbe Kapsel genommen und sie hat durchgeschlafen, das erste Mal seit langer Zeit. Und das heißt, für sie ist das jetzt das Traumprodukt ihrer Wahl. Und warum ist das so wirksam, dieses Produkt? Es liegt damit, es hängt damit zusammen, dass dort Magnesium, GABA und Melatonin in liposomaler Form zusammengestellt sind und liposomale Substanzen gehen direkt in die Zelle. Und deswegen hat dieses Produkt so eine extrem hohe Wirksamkeit und Bioverfügbarkeit und ist einfach sehr, sehr kraftvoll. Ich empfehle, das Produkt eine halbe Stunde vorm Schlafengehen zu nehmen. Wie gesagt, erst mal mit einer halben Kapsel anfangen. Es kann sein, wie bei meiner Freundin, dass eine halbe Kapsel absolut ausreicht und dann solltest du einfach eine tolle Wirkung haben. Und was dieses Produkt eben macht, ist, dass es den natürlichen Melatonin-Haushalt wieder ins Gleichgewicht bringt, dich mit mehr bioverfügbaren Melatonin versorgt. Und Melatonin ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff, ein ganz wichtiges Hormon, das sogenannte Schlafhormon, was uns dazu hilft oder dabei hilft, wirklich tief und fest zu schlafen. Also genau, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Probier es aus. Es ist natürlich wie alle unsere Produkte. Es ist 100 Prozent natürlich. Dieses Produkt schützt 1380 Quadratmeter Regenwald in Ecuador. Es hat keinerlei Zusätze, keinerlei Füllstoffe wie bei vielen anderen Produkten und besteht wirklich nur aus liposomalem GABA, liposomalem Magnesium und liposomalem Melatonin. Und natürlich einer pflanzlichen, rein pflanzlichen Kapselhülle, die ja auch absolut, absolut rein ist und getestet ist, wie alle unsere Produkte. Probier es aus, wenn du Schlafprobleme hast. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ist auch wirklich für die Wirkung wirklich ein günstiges Produkt mit 19,90 Euro. Und ja, also ich bin immer froh, solche Schätze gefunden zu haben. Und wenn ich die gefunden habe, dann teile ich die auch gerne. Und ich wünsche dir einfach einen wunderbaren, traumhaft guten Schlaf. Alles Liebe, dein Matthias. 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 Alles Liebe, deinem Matthias. Bis zum nächsten Mal.